Servus Leute, hier ist der Blacky von CC Industries. Ihr werdet mich jetzt mal kurz beim Counter-Strike-Spielen erleben. Ich bin jetzt zwar nicht der allerbeste, aber ich denke meine Skills können sich schon sehen lassen. Ich spiele einfach mal ein Deathmatch auf der Map CS Crack House. Ja, als CT. Wow! Geht ja schon mal gut los hier. Schauen wir mal, ob ich spielen kann. Ab und zu habe ich einen Framedrop. Ich muss mich kurz einspielen. Wow! Okay, mit den niedrigen Frames ist es auf alle Fälle schwer zu spielen. Aber ich denke mal ein paar ordentliche Kills bringen wir schon zusammen. Ja, so wie zu dem. Gut, den haben wir. Wo ist der Rest? Wow! Von wo? Verdammt! Wow! Da war einer! Ja! Wow! Äh, ich war doch drauf! Kann mir doch keiner erzählen. Wow! Unscoped! Jawoll! Okay, diese Gegner sind auf alle Fälle mal besser. Als Standard-Gegner. Wow! Ja, hinter mir bestimmt wieder. Ich denke mal, jetzt muss ich euch hier mal ein bisschen... Oder auch nicht... Ja! Boah! Okay, das sind echt brutale Gegner. Mal schauen, ob ich das holade. Vielleicht wird es ja noch besser, aber dann... Kommt das hoch? Ja, hier kennt natürlich auch wieder jemand. Ja! Die haben jetzt grad hier voll die Kontrolle über das Spiel. Die Tees. Ja! Ja! Natürlich! Von überall. Ich glaube, das ist ein Team. Von irgendwo kommt dann wieder der Sniper da her. Mal schauen. Okay, das kommt definitiv nicht hoch. Die sind ja grad einfach zu stark am Abdrehen. Gut, jetzt vielleicht. Vielleicht kann ich jetzt mal ein bisschen dominieren. Wow, fuck. No, nein, nein, nein. Hat-Trick. Gut, okay. Jetzt läuft's wieder. Die haben am Anfang gerade nur ein bisschen zu stark dominiert. Wow, wow, wow. Okay, das ist auf alle Fälle ein gutes Team. Wie man merkt. Shit. Das war mal ein Headshot. Wow, wo kommen die denn die ganze Zeit her? Ist ja Wahnsinn. Ich bleib jetzt hier mal ein bisschen in Deckung. Ich bleib jetzt hier mal ein bisschen in Deckung. Okay. Oh, hat schon mal funktioniert. Für sie erste. Oh, jetzt lags gerade. Diesen lags kann ich gerade fast nicht spielen. Ja. Immerhin haben wir ein paar mitgenommen. Ja, läuft schon einigermaßen. Das ist jetzt echt ein gutes Team. Aber ich denke mal, positive KD gegen so ein Team kann man das. Wow, habt ihr den schönen Hedi gesehen? Komm, schau nochmal raus. Ja. Ja, natürlich. Von überall. Frist Nade. Das war knapp. Entschuldigung, wenn ich manchmal nicht so viel rede, aber muss man sich einfach immer ein bisschen konzentrieren, wenn ich mir was reißen will. Ach. Komm. Ja, ein paar leichte Legs habe ich drin, durchs Aufnehmen, das nimmt mir natürlich auch ein paar Kills, wow, fett an ihm geheimt, wow, fuck. Ja, jetzt habe ich mich getroffen, wow. Oh, ich hoffe, ihr seht gerade, wie das leckt, ja, gut, ich habe auch einen 150er Ping, ja, irgendein Auslandsserver, ja, natürlich, denke ich hier einfach mal übelst rum, ich war doch dann jetzt bestimmt schon öfter drauf, gibt's ja nicht, du kommst her, Birsche, oder auch nicht, ja, wenigstens dominieren die Gegenden nicht mehr. Alter, die Legs, immer wieder, furchtbar. Ja, vielleicht sollte ich euch immer irgendein anderes Aufnahmeprogramm nutzen, nicht Fraps. Ach, mein, hello. Ja, natürlich, ich sah weiter neben geheimt, jetzt. Geheimt, 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 ge So, jetzt steigen wir mal um. Sollte ich vielleicht mit AK nicht auf ein Hausdach hüpfen. Das tut doch hier negativ. Ja, ist schon viel besser. Dominating. Komm her. Uh, der ist schon hoch. Ja, nichts getroffen. Die Nade war auch ein Mega-Fail. Egal. Egal. Kommt. Kommt. Ich bin ja wieder mal AW. Oh, da war der. Ja, da war er. Ja. Sieht schon mal ganz gut aus so weit. Oh, da war er. Ja. 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 Wo jetzt? Oben oder unten? Oder. Überall. Ja, daneben. Wow. Ja, den habe ich immer noch. Komm. Komm. Ja. Ja, der hat sich nicht mehr. Wow. Wow. Noch einer. Fuck Ja, soviel zu dem Hm, wurde auch nicht Ja, 53-34, nicht meine beste KD Aber ich glaube, man kann es lassen, zumindest wenn man eine relativ gute Gegner hat Ja Ja Ich glaube, das reicht wieder mal Im finalen Köln noch Vielleicht wieder Ja, oder ich weggegangen Das ist die andere Möglichkeit Schauen wir mal Ja, das war der finale Köln Servus, Leute, bis bald Jo, Leute, noch kleiner Nachtrag Äh, ich habe jetzt noch ein bisschen weiter gespielt Und habe jetzt fast der KD von 2-0 Wie man sieht Also ohne Legs läuft es deutlich besser Ich habe jetzt mal Just-Verfahren einfach random Waffen eingestellt Ja, fuck Gut, alle drei Ja, ich denke mal, das kann man sehen lassen Müsste mal irgendwie ohne Legs aufnehmen, dann kann ich das Gameplay auch besser gestalten Jo, das war's auch schon wieder Jo, servus dann Habt Spaß damit, bis zum nächsten Mal Tschüss